So, hallo, herzlich willkommen beim Fitnesspark mit Tabata. Das einzige, was man sich merken sollte, also falls ihr Hantel dabei habt, bitte in der Nähe haben, ansonsten könnt ihr auch Wasserfläche benutzen und dann werden wir so etwas finden. Okay, wir kreisen mit den Schultern, kreisen und schon wie meine Leichtbeugen, Bauch und Fett. Sehr gut, okay, hiepen, 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 girenen die anderen vier, sechs und links. Auf jeden Fall, trainieren die Beine, sind auch dabei. Sehr gut. Achtung, Handfläche zu dir in die Diagonal. Und hier, Francesca. Hach, drehe zu dir. Erier hoch, blus treten. Hach, drehe zu dir. Ja. Achtung zur Zeit. Lass deine Hände vor dir. Handfläche zeigst du dir. Renn nach rechts und links. Ja, gut. Schön fest. Nie vergessen. Sehr gut. Mach einmal raus. Rechts, links, rechts, links, schulterdieb. Schau sie zu zeigen. Jawohl. Achtung, wir gehen ein bisschen tief. Schauen wir den Arm strecken. Achtung, nochmal, Arme nach oben. Gleich geht's. Handfläche, seit du dir. Eine diagonal nach oben. Achtung, wieder da eben in der Mitte. Schön, nochmal, Kreise. Sehr gut. Gleich, gleich. Fine, boy. Sehr gut. Die diagonal nach oben. Okay. Arme fort, fort. Die Manufest. Schön, Atme. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Machen kauf. Dreh nach rechts und links. Schön, den oberkopf und hübschen aufdrehen. Achtung, Arme, plank. Schuss, die Gäste. Schuss, die Gäste. Sehr gut. Gäste Gäste. nach rechts und links. Sehr gut. Achtung, atme tief ein. Wir fangen schon an, wenn du Handel hast, das heißt schwingen. Denk daran, 20 Sekunden lass deine Füße ein bisschen mehr als gut breit. Wir lassen die Arme schwingen. 3, 2, 1. Trägst dir ab. Schwingen, nach oben, nach oben, nach oben. Achtung, schwingen deine Beine. Schwingen, nach oben, nach oben. Jetzt wechseln, links. Halbe, Mitte. Und nach rechts. 4, 3, 2, 1. Jawohl. So ein bisschen mit deiner Schulter kreisen. 10 Sekunden Pause. Sehr gut. Mach dich bereit. Jetzt von links zu Mitte. Work. Und ab. Und rechts. Mit. Leads. Schön schwingen. Halte. Wechsel. 3, 2, 1. Sehr gut. 2, 3. Cycle 2. Complete. Laufe. Danke. 2, 3, 2, 1. Rest. Cycle 3. Complete. 3. You have it no plus. On. Prepare and work. Now hold. 1. 6. Yep. Schön schwing. 5. Hang. Schwing. 5. 4. 3. 2. 1. Rest. Cycle 4. Complete. No fear. Prepare and work. Okay. Meet it. Nice. Sehr gut. Schön bauch fest. Schön halb. 4. 3. 4. 2. 1. Rest. Cycle 5. Complete. Sehr gut. No fear. No fear. Prepare and work. Okay. Hop. Good. Yeah, good. Yeah, good. Good. Say, good. Three. four. That's the top. Three. Die, man. And. Lausse. Two. One. Rest. Cycle 6 complete. Prepare and work it. Huff. 4 3 2 1 Rest. Cycle 7 complete. Die letzte. Prepare and work it. In dein Bett. Bitte bitte beide Arme schon getrunken. Sehr schön. Sehr gut. Okay. Arme Stutze. Beine. Das geht in den Stutz. Und wir werden erstmal in den Vierfußlustand anfangen. 4 3 2 1 Nach oben. Rest. Das geht nach hinten. Linkes Bein. Komm. Schön Bauch fest. Und deine Hüften. Außen Schulter. Bauch fest. 4 4 3 2 1 Rest. Sehr gut. Sehr schön. Okay. Okay. Beine Stutze. Bereit. Vierfußlustand. Und work. Genau. Rechts. Links. Rechts. Links. Jawohl. Das geht nach hinten. Das geht nach hinten. Beine hinterstrecken. Bauch fest. Arsens Schultern. 4 3 2 1 Okay. Cycle 2. Complete. Schon ein bisschen die Arme auslockern. Steine Pause. Mach die wieder bereit. Prepare and work. Nach oben. Rechts. Links. auf Pacifica. Aufеля auf der flexibility. etwas wie ein Mannstisch derechos zum Buch. 4 3 2 1 Seil wir sind. Versst. Cycle 3. Complete. Sehr schön. responsabilinары und Und wenn du willst, kannst du auch ein bisschen Gas geben. Und zwar, Doppeltempo. Oder du machst, erstmal langsam. Denk daran, Bauch ist fest. Geniehen deine Hüften. Schau nach unten. Jawohl. Du entscheidest. Ich hoffe, dass du ein bisschen mehr Gas gibst. Guck, prepare and work. Reck, blick. Jawohl. Schön, deine Finger ausbreißen. Bauch fest. 4, 3, 2, 1. Rest. Cycle 5, complete. Sehr gut. Noch 3. Mach es für die. Prepare and work. Ja, work. 3, 2, 1. Sehr gut. Ich schwitze schon. Ich hoffe hier auch. Sehr gut. So, prepare and work. Weiter geht's. Go. 4, 3, 2, 1. Rest. Cycle 7. Complete. Noch zwei. Sehr gut. Prepare and work. Sehr gut. Genau. Die letzten zwei kommen. Gas geben. Hopp. Hopp. Oh, ja. Huh. Okay. Für die V-Ups, wenn du hast. Bevorher. Wasserflasche. Oder Hand. 3, 2, 1. 1, okay. Halte. Rex, un links in der Hände. Bauch, bispes. Und du kannst du nicht gerade. Hopp. Ja. 4, 3, 2, 1. Rest. Cycle 1. Complete. Change. Und. Work. Legs. Flex. Need dich ein F се tun, geht's. Mehr intensivität hast du. Hopp. Aber du musst티, ja? Okay. vier. 3, 2, 1. Ciclo 2, complete. Mach mitio. Prepare and work. Okay. Leit. Sehr gut. Mach mitio. Sehr gut. Sehr gut. 4, 3, 2, 1. Rest. Ciclo 3, complete. Sehr gut. Prepare and work. Faust it. Hop, hop, hop. 3, 2, 1. Rest. Ciclo 5, complete. Sehr gut. Mach mitio. Prepare and work. Rik. 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 Complete. Sehr gut. Prepare and work. Hop. Yeah, we got that. 3, 2, 1. Rest. Cycle 7. Yeah, we got that. I got that. And work. Yeah, we got it. Hop. Rik. One leg. Come, 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 come. Yeah, we got it. Do the thing. Yeah, we got it. Let's go. Yeah, we got it. Go, I got it. Of course. Very good. And we got it. Geschafft. Sehr gut. Ihr dürft hochkommen. Wir machen Vierfußler Walk. Und bei den Vierfußler Walk, es geht darum, dass wir diagonal auch laufen. Vierfußlerstand. Und nach vorne. Diagonal. Und nach hinten. Ab. Schön. Wie vorher. Bauch ist fest. Eine diagonal. Vierfußler Arm. 3, 2, 1. Rest. Cycle 1 complete. Jawohl. Hand die Stimme auf. Diagonal arbeiten. Prepare and work. Also. Rechts und links. Und nach vorne. Und nach hinten. Hop. Yep. Hop. 4, 3, 2, 1. Rest. Cycle 2 complete. two. 2, 3, 2, 1. Prepare and work. Work. Diagonal. Cycle 3, complete. Prepare and work. Hop. Four. Three. Two. One. Rest. Cycle 4, complete. No fear. Shopping via. Prepare and work. Now, boy. You're not hitting this. Diagonal. Four. Three. Two. One. Two. Two. One. Two. Now, boy. One. Two. Four. Three. Two. One. Rest. Cycle 6, complete. Okay. 11. Slash. Prepare and work. Four. Two. One. Rest. Cycle 7, complete. Flash. Three. One. Two. One. Two. Klasse. Sehr gut. So, meine Lieben, für unsere nächste U-Bahn. Ich nehme mir deine Hand. Bestell den Crutch. 2, 1. Work. In der Schüssel. Und, an der Schüssel. Hopp. 4, 3, 2, 1. Rest. Cycle 1, complete. Prepare and work. As you break. Release. Wait. In bed, sit. Hopp. Arm over the top. On. 4, 3, 2, 1. Rest. Cycle 2, complete. Ready? Prepare. And work. On. Calm. One. Run. Let's roll. And move. Okay. Spin. Four, and go. Yeah, boy. Four, three, two, one. Rest. Cycle four complete. You know, up. Prepare and work. Hop. Shin bao fe. Oh, hop. Hop. Four, three, two, one. Rest. Cycle five complete. Sehr gut. Noch drei. Prepare and work. On. Versuch, dass dein Bein durchgesteckt ist. Gibt ihn leicht gewollt. Ihnen ist auch nicht zu schlimm. Aber versuch. Sehr gut. Wollt schön noch hoch. On. One, two, one. Rest. Cycle six complete. Gibt es so. Prepare and work. Go, go. Hop. 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 One, two, one. Three. Two. One. Rest. Rest. Cycle seven complete. Work. Walk. Prepare and work. Yeah, boy. Ha! Sehr gut! Okay! Bei der nächste Obhung Bedenmühle 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Rest. Cycle 1 complete. Sehr gut, leg mal deinen Bauch, Bauch nach hinten ziehen, geh tief, jetzt ist es schön, na, prepare Zeit bei deinem Fuß, Arme lang, innen Zeit, Fuß innen Zeit, dritte Zeit, Arme lang. Hopp, hopp, 4, 3, 2, 1. Rest. Cycle 2 complete. Prepare and work. 3, hopp, hopp. 4, 3, 2, 1. Rest. Cycle 3 complete. 4, 3, 2, 1. Prepare and work. 3, lift. 3, 2, 1. Rest. Cycle 4 complete. Prepare and work. Hopp. 4, 3, 2, 1. Rest. 3, 2, 1. Cycle 5 complete. Cycle 5 complete. I'm not lost without change. Ready? 4, 3, 2, 1. Prepare and work. Hopp. 4, 3, 2, 1. Rest. Cycle 6 complete. 4, 3, 2, 1. Prepare and work. Prepare and work. Hopp. Hopp. Why is that so free now? Hopp. 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 Oops. 1 pourraitıs It. Hopp. 1łam. Ones hinten. 1lan. mainland. 2lan, 2lan, 1-2lan. 2lan, 3lan, 3lan, 3lan o, 1. 2lan. Sehr gut, wir haben noch eine oben, und es war, wir werden in Rückenlage, gehen wir schon, Beine oben kreuzen, Achtung, du darfst auf, baust in der Mitte, gehen wir über deine Hüste, Felsen, auf die andere Seite, die Beine sind noch kreuzt, das heißt, eine Felsen ist tiefer als die andere, wir arbeiten mehr, eine Seite als die andere, 2, 1, Rest, Cycle 1, Complete. So, jetzt geht's wieder, vorher war es, der links rüber, der ist das andere, Prepare, and work, so, hop, schön, wie deine Beine nach vorne, in der hinten weg, hop, hop, fühle deine Seiten hier, Bauch, Moch, in, so, 3, 2, 1, Rest, Cycle 2, Complete. One, step,晚, und, so, auf, Huh, und dose, τぁ, Montage, auf, Cave, Puh, Now, hold, on, Prepare, and work, hop, hab, gut, das ist die growinge hebben, ich muss die Freude, die Freude, Anplay, drünge durch die Hee sequence, hashtags, propos, Tag, beim Essen, so, trabe, teuer, die Blume, Können,ets, die inf hurry, hop, 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 komm, 4, 3, 2, 1, Rest, Reise. Cycle 3 complete. Lass uns. Prepare and work. Lass uns. 4, 3, 2, 1. 1, rest. Cycle 4 complete. Prepare and work. Hop. Hop. 4, 3, 2, 1. 2, 1. Rest. Cycle 5 complete. Okay, take it by now. Keep it high. Prepare and work. Hop. Hop. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 1. Cycle 6 complete. Long slide. Prepare and work. Hop. 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 4, 3, 2, 1. Rest. Cycle 7 complete. Nochmal 20 Sekunden. Und dann haben wir es geschafft. Dann machen wir den Urlaub. Mach dich bereit. Prepare and work. Hop. Hop. Jawohl. Hop. Sehr gut. Gut. So, meine Liebe, wir haben es geschafft. Wir fangen mit einem colden Stretching. So, bringe die Beine zu dir heran. Umarme dich. Schön atmen, ruhig atmen. So, dreh langsam mit deinem Kopf. Riech zu deiner rechten Schultern. Und deine Mitte zurück. Und dann. Leid in den dritten. Strek deine Beine. Ein nach einmal. Strek deine Armen. Strek die komplett aus. Schöne Bede duiden. Und jetzt geht es weiter. Folge 15, 8 bis 4 bis 5 bis 4 bis 5 bis 5 bis 6 bis 5 bis 5 bis 6 bis 5 bis 5 bis jetzt. So, jetzt strecke deine Arme schön nach vorne. Geh weg. Geh mit deinem Geset nach hinten. Triff um deine Ferse. So, wieder. Pinselblutzen. Schön strecken. Setz dich nach vorne zu mir. Lass erstmal deine Beine durchgestreckt sein. Jetzt bist du vier lang. Streck dich aus. Beutel über deine Beine. Sieh noch mehr deine Füße. Ansonsten lass aufreisen. Hinterschenken. Kopf locker lassen. Wichtig ist, dass deine Beine durchgestreckt sind. Dass du die Dehnung auch spürst. Sehr gut. Stelle deine Füße auf. Geh mit deinen Armen nach vorne. Bauch nach hinten ziehen. Mach dich hier rund. Und öffnen. Zieh mit deinen Baumen. Schön nach hinten. Schulterblätter zusammenziehen. Und nochmal. Mach dich rund. Und öffnen. Nochmal rund. Schön öffnen. Ein letztes Mal. Und. Und machen. Schön öffnen. Schlag deine Beine. Schneide Sitz. Bringe deine Hände zusammen. Zu deinem Herz. Ich bedanke mich. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.